Columbus. Wenn Sie glauben, dass sich ein Dachzelt nur in der Breite ausdehnt, dann kennen Sie Columbus noch nicht. Das höchste Dachzelt überhaupt. Ein Meter und 50 Zentimeter Höhe für mehr Raumgefühl. Wer es benutzt, weiß es zu schätzen. Genau die anspruchsvollsten Reisenden sind es, die seinen außerordentlichen Komfort betonen. Ich bin groß und kräftig gebaut und fühle mich in meinem Columbus wohl. Im Zelt kann ich mich bequem umziehen, mir zum Beispiel einen Anzug anziehen. Ich mache keine Witze, ich habe es mehrmals gemacht. Es war nicht unbedingt ein Smoking, aber nach hunderten von Kilometern frische und saubere Kleidung zu tragen, ist ein absolutes Vergnügen. Erstens Standfestigkeit. Das Dachzelt ist in die Basis integriert und hat daher trotz der Höhe eine große Standfestigkeit. Es ist an der Basis durch ein Scharnier verbunden. Zweitens Raumgefühl. Hervorragendes internes Raumgefühl dank der beachtlichen Höhe. Zweitens ganz nach Ihrem Wunsch. In allen Größen verfügbar. Small, Medium, 2 Meter und 10 Zentimeter Länge. Large in der Länge 2 Meter und 15 Zentimeter. Small, Medium, X Large in der längsten Ausführung mit einer Länge von 2 Meter und 30 Zentimeter. Viertens Zweckmäßigkeit und Schnelligkeit beim Schließen. Eine breite Auswahl an Größen. Einzigartig die Zweckmäßigkeit. Weil sich das Dachzelt mit nur einer Handbewegung öffnen und schließen lässt. Columbus. Eine Autohom-signierte internationale Spitzenleistung. Autohom. Seit 1958 mit Land Rover befreundetes Unternehmen. Die perfekte Kombination für diejenigen, die der Freiheit keine Grenzen setzen.